hallo und herzlich willkommen bei red or gamble ich spiele heute free firebacks heute ist für euch freitag für mich nicht denn ich bin heute unterwegs und ich würde sagen wir spielen bettroyer rankit und danach cs rankit viel spaß dies ist kein bettroyer rankit das ist normales bettroyal ich habe bei bettroyer rankit mal wieder keinen gegner gefunden ich habe eine schatzkarte gekriegt was bedeutet das wenn ich eine habe da waren ein paar gegner ne schatzkarte ok wir folgen meiner schatzkarte da ist es blau da gehen wir hin da ist es grün ist das die schatzkarte genau da muss ich hin wo ist der schatz vielleicht hier drinnen ich darf die waffe nicht wechseln die ich mir einsammeln die muss ich behalten oh meine torre meine lieblingswaffe schön schatzkarte ok und es ich in Wo ist der Schatz? Müsste der nicht hier irgendwo sein? Ich mag das nicht gern und kürze. Ich habe das nicht gern 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 gebeten. Ich kann es nicht gern gebeten, sondern auch in meinem Leben. Ich habe das nicht gern gebeten. Ich habe vor kurzem verabschieden. Was ist dieses so wichtig, kürztest? Ich habe das nicht gebeten, kurz zu sehen. Deshalb bin ich gestehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Was mache ich jetzt? Vielen Dank. Ich muss das wegdrücken hier. Vielen Dank. Ich muss das wegdrücken. 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 Normal. Normal. Ich muss das wegdrücken. Ich muss das wegdrücken. Wartet ab. Ich muss das wegdrücken. 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 Ich muss das wegdrücken.